Ja, viel mehr kann ich jetzt gerade nicht machen. Ich muss mit dem einen Trading Post auskommen, kann den aber vom Gold ausschließen. So, jetzt wird nur noch Geld produziert. Und dann hoffen wir, dass wir in den 20 Tagen, 23 Tagen, die uns noch bleiben, das Geld zusammen kriegen. Die ersten 10.000 haben wir bald. Haben wir uns das wieder verdammt viele Palastwachen kostet? Ganz ehrlich, Marktplatz. Achso, da ist der Trading Post so nah dran, das ist das Problem. Genau, repariert lieber andere Sachen. 10.000 haben wir schon mal, noch 22 Tage. Okay. A foul beast approaches. So. Tja, die Steuerantreiber kommen euch zum Glück schnell genug weg. Was auch immer du da unten willst, da ist nichts mehr. Gut, ich gehe das Risiko ein. Da noch einen Marktplatz hinzusetzen. Ich hätte vielleicht vorher speichern sollen. So, da ein Guardhouse, um ihn abzusichern, den Marktplatz. Das war das Guardhouse. Den Marktplatz. Den Marktplatz gräte ich gar aber nur auf Stufe 2 auf. So. So, und upgraden. Tag 21 und uns fehlt noch ein Haufen Geld. Ich habe ja auch wieder Geld geopfert für die Scheiße. Ich habe ja auch wieder geopfert. Ich habe ja auch wieder geopfert. Ich habe ja auch wieder geopfert. Und market day. Sehr gut. Ich bin raus. In the name of the sovereign. Könnt sein, dass das Arsch knapp wird. Aber ich denke mal mit vier Marktplätzen dürfte das gerade noch so hinhauen. Genau das ist eigentlich blöd. Jetzt wieder. Magtag. 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 Sag ich, dass ich das nicht so oft machen muss, geht das ja noch. Ach bitte, nein, der Marktplatz wird eingerissen. Und da ist er weg. Ah, scheiße. Wie gesagt, ich hätte vorher speichern sollen. Jetzt habe ich noch 17 Tage und mir fehlen noch 80.000, weil ich wieder 5.000 in den Wind gesetzt habe. Der Wolf da überlebt es nicht. Gut. Ja gut, kann sein, dass wir die Mission doch nochmal wiederholen müssen. Weil wir teilweise viel zu viel Pech hatten. Und weil ich dann doch ein bisschen zu gierig wurde. Wir haben jetzt gerade mal ein Drittel des Geldes zusammen und haben noch 16 Tage. Woke-Gilde wäre vielleicht doch auch keine schlechte Idee gewesen in der Mission. Ja. Aber ich bin schon mal froh, dass wir eine von beiden Missionen geschafft haben. in der Name der Sovereign. Oh, der Gold, your Majesty. Task-Collector. Ja, ganz toll. Oh, der Task-Collector überlebt. Sehr gut. Oh, der Task-Collector. In der Name der Sovereign. Task-Collector. Event unterbe fiquei mit zurückhaltbar. Z narciss theatre. Mach-Tag. 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 51... äh, 5100. Ja, ich könnte auch halt in der Gambling Hall. Ja. Geld verspielen, aber... Ja gut, ich habe jetzt nur 25 Gold verspielt. Neue Hacktage. Ich könnte noch einen inbauen. Mann, ich habe so viele Gullis mittlerweile. Da unten ist einer, den ich leider nicht einreißen kann. Aber, naja. Da könnten wir die Steuereintreiber... Ah, er kommt sogar schon. Und ich hätte wirklich gerne hier irgendwo ein Trading Post gebaut. Aber der einzige Platz, wo ich einen Trading Post bauen könnte, wäre hier unten. Markttag und noch ein Markttag. Es wird knapp. Ich glaube, ich schaffe es nicht. Ich habe noch elf Tage für... ...über 60.000. Hätte ich den dritten Marktplatz beschützen können. Ja, auf meine Fontäne anzugreifen. Okay, ich bin heute mit Oma. Der Filmflözende. Da ist weiter.